So, das hebe ich mir jetzt auf bis gleich. Guck mal, ich safe die sogar noch. Ein paar Punkte fehlen mir noch, dann hebe ich das auf. Ich hab mich schon selbst gesafet mit meinem Crossbow. Du wärst selbst gestorben, Alter. Ja? Wolltest du gucken, oder? Ob hier was liegt, Alter. Ich würd sagen, Kevin hat einfach gewonnen, weil er Chuck hat. Ja. Hey, Martin auch? Ja. Hey, kann nicht sein, dass Martin nicht stirbt. Du kannst dir auch holen, Digga. Das kostet nicht, du hast genug Punkte. Wie, bin ich der einzige ohne Chuck? Ja. Jan, du hast genug Punkte, Alter. Wo ist es dir? Wow. Kannst dir grad so leisten. Nö. Punkt, wir sind wertvoll. Alter, das ist mein Facecam so unscharf, Alter. Irgendwie sieht das so komisch aus, weil ich so nah dran bin, Alter. Ich muss weiter weg sein. Ich fokussiert die, glaub ich, so komisch nicht. Ich fokussiert sowieso ganz komisch, Alter. Wie sieht das Bild unscharf aus? Ich will eh so, ich will eh ne neue Facecam haben, Alter. Neue Webcam haben, ja. Neue Facecam? Ja. Ich will mich arm, Alter. Ih, der Mensch, Alter. Denn es ist bei 25. Ey, Digga, ich gönne dir das sogar, diese Waffenabbräts, die ich dir gegeben hab, Alter. Freiwillig. Freiwillig, genau. Was, ob ich mich beklauen lass, Alter? Ich hab's dir gegeben. Digga, das kam einfach so schnell, Digga, ohne Spaß. Hab's dir gegeben, weil ich ein netter Mensch bin, Alter. Bring das schon wieder an. Ich bin ein netter Mensch, deshalb hab ich dir die gegeben. Aber wolltest du clown, Dennis, ne? Wolltest du clown, ne? Das ist nicht lieb, Alter. Merkt ihr das? Er hat den Menschen Clown, anderen Menschen nix. Wer sagt denn, dass ich nette bin, Digga? Alter, ich hab die Blunder gehabt. Ja, die ist echt kacke. Ich mein, die tötet Impfer, aber du hast nur einen Schuss. Ah, das ist Not the Yellow from the Egg. Nein! Warum? Jetzt hattest sie auf jeden Fall auch nicht. Ich hatte sie, ich hatte sie auf jeden Fall. Das zählt, Jungs, ich hatte sie. Wenn Matten jetzt gewinnen sollte, kann ich sagen, ich hatte sie. Die Blunder geht. Und Jan kann sagen, er hat den Crossbow. War schon mal weiter als Crossbow? Ja klar, einen warst du mal höher als Crossbow, ne? Ich war schon mal 17 oder so. Ehrlich? Ja, ja. Dann muss das ja hart sein für dich. Ich spiel halt aber ohne Chuck die ganze Zeit. Ja komm, das ist deine eigene Schuld. Bei mir war verbuggt. Ja, das ist deine eigene Entscheidung. Ja, das ist wirklich so, Alter. Wir müssen uns echt nur holen, Jan, weil es bei mir verbuggt war. Damit er die gleiche Chance jeder hat, weißt du? Haaa! Ich vermisse Nico, er würde jetzt meine Mutter beleidigen. Ehrlich? Ja, das ist so. Irgendwie fehlt es. Irgendwie fehlt es. Das kann ich auch für dich übernehmen. Du bist Bax mal ganz reine Würgeleger. Du bist Bax mal ganz reine Würgeleger. Wenn ich in deiner Position wäre, Alter, und nur annähernd an 109 Downs wären, dann genau. Dann war's. Dann war's. Dann hat's getroffen, oder? Sei ehrlich, hat der getroffen? Ne. Ach ja, Martin. Ich gönn's dir, ja. Aber ein Degrade wär schon schön. Wär übertrieben heftig. Ja, schon wieder bei der Waffe? Wird mich verarschen, Alter. Das wär nice. Welche Blunder geht? Ah ne, bisher schon gar nicht mehr. Ne, Winterholt. Oh, nice. Kommt. Einmal für Martin eine Degration, bitte. Warte, wo ist mein Bein? Dachste, war? Dennis? Dass ich jetzt hier Power-Up-Dropen lasse? Wie er geguckt hat, Alter. Alter Schwede. Dennis hat auch schon mal Pferde fliegen gesehen. Digga, aber klar warst du da. Ich bin wegen Zombies hingekommen, okay? Ja, ja. Wisst ihr was? Ich geh in den Keller. Mach das, Digga. Mach ich. Das ist nämlich der Geheimspot. Von dem kein Mensch was weiß. Keiner hat gelacht, Digga. Sollte ja auch keiner lachen. Was soll denn da jetzt los? Das muss nicht schon sein, Dennis. Ach, hier war die Werkbank, Alter. Ja, für Strom. Nice, Alter. Map ist schon nice. Ja, die sehe ich gerade. Das ist Map of the Year, irgendwie. Stand da vorhin im Load-Spin. Ah ne, Mod of the Year war das ja. Aber die soll auch irgendwie... Ich hab von vielen Leuten so gesehen, Top-10 Custom-Bomb-Maps. Und viele nehmen die hier als Platz 1. Was ich so absolut gar nicht nachvollziehen kann. Also, ich meine, ist nicht schlecht und so. Macht Spaß. Gut gemacht. Aber... Aber es geht besser. Ja, in Platz 1 würde ich der Karte nicht geben. Viele fragen auch mich, ob ich nochmal so was machen kann. Hat ja schon mal Top-10 Custom-Bomb-Maps. Könnt ich eigentlich wirklich nochmal machen sollen. Das ist jetzt so... Kamen hat sich jetzt seit ziemlich viele. Naja, da hat sich viel geändert. Da hat sich viel geändert. Da hat sich viel geändert. Nein! Ja! 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 Also, ich muss sagen, einer hat diese Map hier auf Platz 1 gevotet. Obwohl es schon so Maps gibt wie Ragnarok und so, ne? Deshalb kann ich das nicht nachvollziehen. Ragnarok war so mit Abstand bis jetzt so... Wie geil zu, ne? Ja, irgendwie schon. Also, wirklich. Mit Abstand. Also, es gibt ja anscheinend noch nur geil, aber, ne? Naja. Man kann es halt nicht vergleichen mit QuizV2, die ich immer noch übelst feier, aber... QuizV2 ist mehr eine Spaß-Map. Zum Spaß haben. Zofiat mit seinen Freunden. Ein bisschen daddeln. Dafür ist Quiz geil, QuizV2. Aber... So für E-Sec und so... Ragnarok, Alter. Heftig. Irgendwann will ich diesen End-Boss nochmal packen, da bei Ragnarok. Im Lifetime oder so. Aber das war ja OP, Alter. Nein, mit den Robotern. Wie viel da auf einmal bei euch kam, Alter? Nicht mehr nochmal, Alter. Wie Jan geschrien hat. Dennis, dreistig ist er schon. Kommt, Alter. Jungs, boh, Jan, Digger. Martin degradieren, Alter. Es kommt aber echt nix mehr, ne? Ne, echt nicht. Ja, jetzt liegt daran, wenn die Zeit schon so hoch ist. Alter, ist schon echt spät und wir müssen noch essen, Alter. Ich fühle mich grad richtig schlecht, weil, als ich sagte, Nati, ist ein Gun-Game. Das wird schnell gehen. Und jetzt, Alter, keine Ahnung, wie lange wir hier schon das Gun-Game haben. Über ne Stunde bestimmt. So viel zu looten. Alter, halt da. 45 Minuten? Ne, 1 Stunde 14, Alter. Wow, die Zeit kommt dein gar nichts so vor, Mann. Krassa jetzt fühlen mich richtig schlecht. Lasst mal beenden, Jungs, läuft dir eh nicht so gut für Martin, also für euch alle. Nein. Nein, Quatsch. ast instinctive. Na, jetzt wird doch ganz gespannt, lass ich sagen. Jetzt kommt's auf die Drops an. Jetzt kommt's auf die Drops an. Jan, du bist bei 4 Er steht safe irgendwo rum, Alter Nee, nee, der läuft hier rum, Digga Ehrlich Jan, mach mal einen Monitor an, Alter Jetzt kommst du nur noch auf die Globs, Alter Ich verhelfe Dennis Zum Sieg Ja, Mann Nice, echte Trends für ihn an Dann kann man schon mal sagen, wenn Dennis gewinnt, dass... Das Team wird wahr, ja Na, dass das auf jeden Fall nicht zählt Ja, doch Jungs, alle wissen, dass ich gewonnen hätte, da wäre dieser Wack nicht gekommen Guck mal, wie der jetzt hinkommt Mit seinen Ziegern, Alter Ehrlich Der muss degradiert werden, Jungs Aber hip, hip Aber fastest fuckboy, Digga Ist er echt bei euch gerade? Nee, der war gerade bei uns Ja, man muss jetzt einfach mit ihm mitlaufen und hasern Oh, jetzt hat der die gepuncht, Alter Ich packe es nicht Mit 4 Schuss, okay Letztes E-Tomahawk Die doch 10 Mal schnell Jungs, ich mach schon, Alter Ich mach schon Über der Blundergate, Alter Bin dabei, bin dabei, bin dabei Fuck, Alter Papierst dich doch mal hier Guck mal, der hat ein Erfolgserlebnis Ich packe es auch Ja, ähnlich, Alter Ja, wo sind die farbigen Digga, wenn man sie braucht? Oh, Martin Ich verstehe gar nicht, warum Martin so wenig guckt hat, Alter Ja, frage ich mich auch Der hat sich locker mit ein paar Pöck gekauft, Alter Außer Jugg Er ist nicht down gegangen Der Scavenger Ah, ich hab'n Redscreen Ehrlich? Ja, weil ich 3 Schläge bekommen hab und dann noch Explosions-Damage Alter, Scavenger letzte Waffe Komm, Alter, 34 würde ich noch haben, Alter Was ist ein Witz sein, Alter, wo sind die farbigen? Ehrlich, Alter Wo sind die? Oh Wow War es? Jetzt hab ich's bekommen Was war es denn? Terminator Ah, gut, dass du es gekriegt hast, Martin Ja, gerne, du hast mir 36 Ehrlich? 35, sorry Winter holen Ja Also Dennis Komm mal zu mir Das Martin hat zu viele Ja Und zu mir kommt zu mir, Dennis Welche Farbe hat die Grazion? Zigan, Zigan, Zigan Welche Welche Farbe hat die Grazion? Keine Ahnung, ich hab'n T-Gun Geht mich nicht Alter, das wird auch spannender Ja Jungs, Martin macht's Schieß ihm alles weg mit der Tigern, Jungs Schieß ihm alles weg Ich hab' hier ne Tigern, Alter Aber schieß mal ihm alles weg Ja, macht mal Er hat gewonnen Doch nicht Darf man aber Ah, Jungs, Alter Der versucht hier echt alles Pops abzufahren, Alter Naja, klar Das Ding ist einfarbigen, Alter Vorbei mit ihm Nee, Gun Upgrade mein ich für ihn Also nicht Upgrade, sondern Neue Waffe Nee, eine Degration länger und vorbei mit ihm Dann hat einer von uns beiden gewonnen Ja, ich persönlich würde es ja mir gehen Ah, nee, eigentlich nicht Ja, Scavenger Dein Ernst? Ja Ey, da wo sind die farbigen, Mann? Ey, Martin Dennis wird gewinnen, weil Jan für ihn traint Ne, macht er gar nicht Was? Klar traint er für ihn Oha, wie unfair Er traint für ihn, Alter Bei der Scavenger Das ist ja echt unfair, Alter Hä, wo bist du hin, Jan? Wie bist du da langgegangen? Ja, ich bin gestorben Jetzt gerade? Ich habe mir in dem Game noch kein einziges Smart Chuck gekauft Ich werde es mir auch jetzt nicht mehr kaufen Findest du es unfair, dass ich Chuck habe? Ist mir doch egal Du weißt ja warum, ne? Es hat den richtigen getroffen! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter! Martin denkt sich jetzt auch nur Der ist wieder bei der Scavenger Der ist wieder bei der Scavenger Wie hat er das denn gemacht, Alter? Ja, man bekommt direkt Upgrade Aber man bleibt bei der Waffe oder so Keine Ahnung Oh mein Gott, ich habe das Game gewonnen Warum? Dein Ernst! Dein Ernst! Dein Ernst! Wow, mein Ohr Das war richtig unverdient, Alter In Wahrheit hätte ich gewonnen, Alter Und ich würde eh nicht hochgelangen Deshalb sei auch nicht tschüss Nein, Gott Alter, wisst ihr, woran es lebt? Oh Gott, 50.000 Ich bin einfach nicht vorbereitet gewesen, Alter Und zockt hier in Jeanshose, ja? Irgendwann auch keine 109, Dennis Ja, das stimmt auch Kein Mensch zockt in Jeanshose Das kann nur Das kann einfach Das kann nichts werden Alter, Scher Ich habe einfach einen Fick drauf gegeben, Dennis Ja, ja, klar Also es hat Spaß gemacht Jungs, es hat echt Spaß gemacht Ähm Was findet ihr besser? World at War oder BO3? Custom Zombies Äh, Gun Game meine ich jetzt Euch frage ich jetzt Ja, World at War Ich kann es nicht beurteilen Mit Dekoration Das fügen die aber, denke ich, noch ein Das werden sie noch einfügen Und, ähm Ja, wenn wir diese Welt noch mal spielen sollen Wegen dem E-Stack Ich weiß ja nicht Dann machen wir dann vielleicht An einem Livestream Müssen wir mal gucken Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß Viel Erfolg beim Zombies Kill Und Ich habe gewonnen Herzlichen Glückwunsch Tschüss Tschüss Sch Recet Schrei Schrei Vielen Dank.